Hallo Big Daddy, wenn der Bitcoin runterfällt, fallen die Altcoins auch, sagtest du? Mussten dann manche Altcoins nicht über 98%, sogar über 100% fallen? Oder habe ich da einen Denkfehler? Danke dir vielmals. Also mehr als 100% kann ja ein Coin nicht fallen. Wenn du jetzt den gesamten Zyklus meinst, dann muss man sich natürlich vorstellen, dass wir immer wieder Korrekturen nach oben haben und dass wir immer wieder gut steigen. Aber ja, viele Altcoins sind sehr stark gefallen. Wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, Bitcoin ist genau nach 2021 um 77% gefallen. Jetzt schauen wir uns die Top 10 an, 75%, noch relativ gut gehaltener werden. Die ein oder andere Smart Contract Plattformen seien, die Anwendung gefunden haben und den Preis hier ein bisschen stabil gehalten haben. Aber hier, nächste Gruppe, 77%, danach 85%, also da geht es schon richtig runter. Dann kommt 93% und ich muss anmerken, die ersten vier Gruppen hier, das sind, die ersten vier Gruppen sind 250 Coins oder so. Und du musst dir vorstellen, direkt nach den 250, die es hier gab, kommt schon die 93%, oder warte mal, 1, 2, 3, 4, ja, die 93% kommt danach schon, dann sind wir bei 94% und dann hier unten natürlich absolute Katastrophe, 97% Abfall und sogar irgendwas um die 14% dieser Coins sind nicht gestorben. Ja, ich sehe jetzt nicht, was die kleinen Prozentsätze hier haben, aber irgendwas um die 16%, 15, 16% sind dabei nicht mehr gestorben innerhalb von vier Jahren. Das heißt ja, Bitcoin fällt und die Old Coins fallen noch viel, viel stärker. Das muss man verstehen am Kryptomarkt. Und darum ist es auch relativ schwer, muss ich ehrlich sagen, nicht mal ab und zu ins Minus zu kommen. Es ist sehr schwer, weil Bitcoin sehr hart korrigiert und die Old Coins dann sehr hart mit korrigieren. Und es ist wirklich schwer, wirklich schwer, nicht ins Minus zu taumeln, weil eben Bitcoin so stark korrigiert und die Old Coins dann noch viel stärker und weil eben solche Sachen passieren wie jetzt, diese unvorhergesehenen Sachen, dass wir eben in dieser Seitwärtsphase sind, mit der so niemand gerechnet hat. Das heißt, es werden auch ein paar gute Investoren mit ein paar guten Coins relativ schnell ins Minus kommen. Aber dann muss man den Kryptomarkt verstehen, verstehen, dass das gängig ist und normal ist, nicht in Panik geraten, einfach Füße stillhalten, weiter DCA betreiben und früher oder später wird sich das legen. Ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass auch die guten, richtig guten Investoren hier teilweise mit manchen Coins im Minus sind. Wie soll es anders sein? Zwölf Lizenzen in Europa, Europa reguliert, EU reguliert, BaFin lizenziert in Deutschland und teilweise 300, über 300 günstige Kryptos in einem noch jungen, günstigen Stadium einzukaufen. Das geht alles so zur Zeit nur bei Bitpanda.